In gut drei Wochen wird in Hessen und Bayern gewählt. In beiden Ländern auf der Liste die Freien Wähler. Während sie in Hessen eher unterm Radar fliegen, sind gerade alle Augen auf die Parteifreunde in Bayern gerichtet. Laut dem neuesten ZDF-Politbarometer Extra hätten sie, wenn am nächsten Sonntag bereits Wahl wäre, genauso wie die Grünen das zweitbeste Ergebnis hinter der CSU. Das wäre ein deutlich besseres Ergebnis als noch vor fünf Jahren. Die Freien Wähler könnten also als Juniorpartner der CSU die Regierung fortsetzen. Und das, obwohl der Spitzenkandidat der Freien Wähler Hubert Aiwanger gerade heftig in die Kritik geraten ist. In seiner Schulzeit wurde ein Flugblatt bei ihm gefunden, das Opfer des Holocaust verhöhnt. SPD, Grüne und etwa der Zentralrat der Juden fordern Aufklärung und Aufarbeitung. Markus Söder, der Ministerpräsident Bayerns, befragt Aiwanger und belässt seinen Vize im Amt des Wirtschaftsministers. 63 Prozent der befragten Bayern im ZDF-Politbarometer Extra halten genau diese Entscheidung für richtig. Wie seht ihr das denn? Gibt die öffentliche Kritik an Aiwanger seiner Partei erst recht Aufsprung?